You keep a secret Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von OneFactFpunch Vorweg, diese Woche kommt nur eine Folge OneFactFpunch, weil ich ein bisschen mit OBS rumgespielt habe und nur ein bisschen zu spät ist jetzt gerade, noch eine weitere Folge aufzunehmen Deshalb wird eine Folge rauskommen und dann Am Mietzeburg dann halt eben, bzw. Donnerstag wird dann halt dann eben eine Folge Stadtland plus vorverlegt kommen So, das ist schonmal vorweg Also fangen wir jetzt schon mal an, das ist nicht so lange dabei Das heißt, all das, was ich jetzt hier gerade spiele Hätte ich schon mal gemacht Oh Gott! Ja, auch wenn ich das hier schon mal gemacht habe Am heutigen Tage Leider war ein Aufnahmefehler hatte Leider war ein Aufnahmefehler hatte Weil der neue Codec Leichte Probleme gemacht hatte mit dem Sound Nehmen wir jetzt gerade nochmal mit dem neuen Codec auf Die haben aber eine andere Soundqualität Ich hoffe, das passt ja trotzdem noch Ich hoffe, das passt ja trotzdem noch Wow! Die blieb sogar besser als in der Eigentlichen Aufnahme, die hätte eigentlich kommen sollen, aber okay Passt ja gut Dann machen wir noch, dreht mal weiter Ja! Oh, mal! Oh! Nice! Da hab ich den Ball nicht wirklich richtig ausgenutzt Ah ja, kommen noch mehr Bälle Jetzt mach ich mal nicht auf eine versaute Art und Weise Aua! Das muss aber weh tun Ich glaube ich krieg das auch rechtzeitig gerendert Also muss ich das Ach scheiße ey! Nein! Ich hoffe mal so bewusst, dass ich das Rechtzeitig gerendert kriege bis morgen Ansonst Müsste ich das Hier Abdonners herrausspringen Und das ist eigentlich geplant im Video dann halt eben morgen Was ich da auch hochladen muss Oh Gott! Und das ist über eine halbe Stunde lang Aber ich krieg das rechtzeitig hochgeladen Naja Schnell weitermachen Und desto schneller ich hier fertig bin Umso schneller kann ich es auch reindern Oh So Ich bin hier Und jetzt Und ich brauche Ich frage der Ich bin hier oder so wie diesen ball aber bei diesem ball habe ich bisschen besser genutzt also eigentlich noch viel schlechter ist es jetzt hier gerade gut da ist das schicksal dass ich das mal machen müsste eigentlich sollte ich mich jetzt auch mal konzentrieren hier ja noch drei minuten übrig das hat Spaß immerhin hätten wir dann diese ganze regel dann fertig leider mache ich diese Folge auch ein bisschen länger das heißt wieder ein bisschen überlänge erscheint aber nicht ja ja Das war's für heute. Boah, ich bin ja wieder richtig in Krampf in den Arm hier. Alter Falter. Und da verspiel ich das Leveling hier gerade mal zum zweiten Mal. Aber total zerstört. Okay, weiter geht's. Das Level mache ich noch, denn das habe ich in zwei Aufnahmen gemacht. Uh, die Endbander-Video ist doch noch pünktlich. Yay, ohne Überstunden. Oder über Minuten. Naja, da kann ich auch noch eins dazu sagen. Weiß ich auch noch in den anderen Videos wiederholen wollte. Oder Video geholt habe. Naja. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, habe ich auch jetzt noch ein Projekt startet mit der Game Freak, also Stadt und Fluss. Was ich allerdings auch noch mit der Regenleben aufnehme. Da die Regenleben aber füchtern ist, ist es eher problematisch, dass wir zu dritt aufnehmen können. Und deshalb, ich versuche es halt nochmal in Ruhe, das mit beiden zu klären. Vielleicht lässt sich dann auch was machen. Und dann noch was, ähm, Game Freak und ich wollen wahrscheinlich auch nochmal ein paar andere Projekte noch angehen. Was wir dann nochmal in den Nachhinein noch mal richtig uns ansehen, was wir dann noch spielen wollen. Denn die Game Freak hat ja begrenzt das Internet, leider. Sie hat nicht so eine DSR-Leitung wie ich. Also, naja. Egal. Ich will das Video jetzt nicht noch weiter hinaus zahlen, denn dann bekomme ich es auch schnell gewendet und kann es auch noch hochladen. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Wolfgang F-Punch. Also, tschüssi.